Die Paul-Klee-Schule in Leichlingen ist ein Lost Place. So schreibt es zumindest der Kölner Stadtanzeiger. 2001 war Leichlingen sehr extrem von dem großen Hochwasser betroffen, und gerade auch die Paul-Klee-Schule, die bis zu 1,60 Meter unter Wasser stand. Dabei ist die ganze Grundsubstanz der Schule mehr oder weniger kaputt gegangen, und zudem auch ein neu gebautes Gebäude, was gerade erst frisch dazugekommen war. Scheinbar hat man sich dafür entschlossen, die Schule woanders aufzubauen, da wahrscheinlich der Standpunkt sehr riskant ist, dass sowas nochmal passieren kann, und auch die Reparaturkosten wahrscheinlich das Budget total erschöpft hätten. Daher wird die Schule neu gebaut in Langenfeld. Was jedoch aus der Paul-Klee-Schule in Leichlingen passiert, das weiß im Moment noch keiner. Zumindest habe ich dazu noch nichts gefunden. Gerne könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr dazu weitere Informationen habt. Und die Lost Place-Szene ist natürlich aufmerksam geworden. Spätestens, wo der Kölner Stadtanzeiger geschrieben hat, dass es ein Lost Place ist, ruft das natürlich die richtigen Leute auf den Bildschirmen. Seit längerem ist die Schule dort bekannt und wird auch des Öfteren besucht und fotografiert. Sehr schade ist natürlich, dass es hier eine Schule getroffen hat, die für eingeschränkte Kinder ist. Jedoch freuen wir uns, dass sie einen neuen Standort gefunden haben. Wenn euch mehr solche Videos gefallen, wo ihr seht, warum ein Lost Place überhaupt dazu gekommen ist, dass es ein Lost Place ist, dann liked gerne dieses Video und hinterlasst einen Kommentar. Alle Quellen, die wir für dieses Video gefunden haben, werden wir in der Videobeschreibung verlinken, genauso wie alle Videos, die im Hintergrund liefen. Wenn ihr mehr Urbex-News sehen wollt, ich verlinke euch hier am Ende noch zwei, drei Videos und eine Playlist. Wir bedanken uns und sind damit raus.